Der Back-Free-Back-Try mit Ace. Come on. Ja, dumm, dass ich Ace nicht als erstes oder zweites gespielt habe. Aber komm, als drittes geht es auch noch. Als drittes muss es auch noch gehen, oder? Oder? Muss. Das ist ein Muss. Wir müssen natürlich auch unbedingt vorsichtig das Tode spielen, weil sonst sind wir Marsch. Vor allem mit Ace können wir halt keine Close-Range-Fights eingehen. Also können wir theoretisch natürlich schon, aber guess what? Wir werden halt höchstwahrscheinlich sterben, wenn ich nicht gerade in meinem All-Time-High bin. Was ich nicht glaube, leider war ich nie in meinem All-Time-High bin mit Ace. Das ist auch was, was nicht existiert bei mir gefühlt. Okay. Am Anfang kann ich halt einfach nur hoffen, dass mich keiner mitbekommen hat. Ich habe Angst gerade, dass der auch einer war. Aber niemals zurückblicken. Niemals zurückblicken einfach. Okay, nee. Wir clean. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ja. Die ist so schnell gemovt, als würde sie rein wollen. Dass sie, glaube ich, gemerkt hat dann, dass sie vielleicht gesasst wird. Als es sich direkt verpisst, kommt mir vor. Was ist das da drüben? Habe ich das schon mal aufgeteatet? Jetzt brauche ich nur noch eine Tarnung. Da würde ich behaupten, bin ich hier schon ziemlich gut dran. Okay. Wir gehen jetzt einfach clean rein. Weil wir gehören hier dazu. Oh mein Gott, bitte sag, das ist eine Blue. Bitte sag, du bist keiner. Oh mein Gott, ich hab so Schiss. Oh, ich trau mich fast nicht. Es ist eine Blue, ja. Es ist eine Blue. Aber wie hart werde ich sterben? Okay. Wisst ihr was? Ich spiele jetzt Risky. Ich muss das machen, jetzt mal. Ich muss zu einem Guard werden. Ich muss jetzt hoffen, dass mir keiner hinterherkommt. Oh mein Gott, bitte. Bitte, bitte, bitte. Lasst mich einfach in Ruhe. B ist da links. Es ist halt so Risky. Es ist halt so Risky mit der Is. Man kann halt jederzeit am Arsch sein. Die ist kurz falsch gemoved. Aber ich will jetzt natürlich nichts Falsches machen. Ich dachte gerade, mir wäre was geklaut worden. Ich dachte gerade, das wäre die Info, die ich bekommen hätte. Oh mein Gott. Wir verhalten uns einfach wie ein normaler Guard jetzt. Boah, mir geht die Pumpe so sehr. Mir geht die Pumpe so fucking sehr. Das ist die, die ich gesasst hab. Ich muss halt eigentlich schon einmal was machen. Eins muss ich halt eigentlich einnehmen. Also es geht halt eigentlich nicht anders, oder? Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Okay. Auch wenn es nur eine Purple ist. Ich bin voll dabei. Ich bin voll dabei. Auch wenn es nur eine Purple ist. Expertise ist nicht so wichtig. Expertise ist nicht so wichtig, mir da ist. Sie hat nur eine Schmutzexpertise. Die juckt nicht. Jetzt darf halt keiner reinkommen. Jetzt darf halt einfach keiner reinkommen. Warte mal. Hä, da müssten doch noch viel mehr Intel sein. Wo sind die restlichen Intel? Ich muss was übersehen. Es sind immer genug Intel hier, damit man die 8 noch voll machen kann. Es sind immer genug. Was? Okay. Dann krall ich mir das hier. Geh wieder rein. King Helm, mein Puls. Ich halte das nicht aus. Ich halte das ehrlich nicht aus. Das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für meine Nerven. Wir brauchen keine Gold, wie gesagt. Oh mein Gott, ja. Es ist zu halt. Ich vollidiot. Und jetzt gehen wir hoch. Und wir gehen nicht rein. Ich glaube, wir können nicht reingehen. Ich glaube ehrlich, wir können nicht reingehen. Aber wir können auch nicht draußen bleiben. Wir können eigentlich nichts von beidem machen. Ja, ich bin mir, ehrlich gesagt, bei beidem unsicher des Todes, hä? Geh auch einfach mal durch. Ich wusste nicht, dass das so ist. Ich wusste nicht, dass das so ist. Nicht wegen Unwissenheit sterben jetzt. Nicht wegen Unwissenheit sterben jetzt. Oh mein Gott. Ich darf nicht wegen Unwissenheit sterben. Oh mein Gott. Da wird man enttarnt, wenn man zu lange drin ist. Oder war da ein Stolperdraht, der davon einfach... Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Warum spawne ich hier hinten dann? Oh mein Gott, ich muss da eigentlich rauf. Was ist mit diesen trendigen Farben? Ist da ein Draht? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst des Todes. Oh mein fucking Gott. Wir beachten das gar nicht. Wir gucken da gar nicht hin. Ich glaube, wenn wir einen Fight tanken wollen, dann müssen wir ihn eigentlich in der Main Hall vom Bolt nehmen. Ich weiß es halt nicht. Hier ist halt auch nirgends ein Blue Guard oder so. Ja, ich gehe rein. Könnte jetzt ein Riesenfehler sein, aber ich gehe rein und ich hoffe, dass ich ein Guard Outfit bekomme. Nee. Wir bekommen kein Guard Outfit. Fuck. Als ob hier wirklich kein Guard ist. Das ist so unlucky. Hier ist normalerweise immer ein Guard. Ich kann jetzt hoffen, einfach, dass, wenn mich jemand gesehen hätte, dass er nicht checkt, dass man da nicht rein kann. Ich kann nur hoffen. Ich kann nur hoffen. Ich kann nur hoffen. Fuck. Ich muss eigentlich rein. Ich muss eigentlich rein. Ich weiß nicht. Ich muss eigentlich rein. Fuck. Jetzt hoffen, dass er kann es. Es ist zu wild für mich. Es ist zu viel für mich. Hat ein Hit-Up bekommen. Mehr auch nicht. Ja, fuck. Der ist halt jetzt komplett gone, ne? Okay. Leute, hört auf. Okay, der ist schon weit weg. Ich halte mich kurz hoch. Ich hoffe, dass ich nicht der Letzte bin jetzt mit ihm. Ich gehe auch hoch. Ich gehe hoch. Von oben runter ist leichter. Zivilist. Dreh sich irgendwie um für mich. Ist unter mir, okay. Ist unter mir, okay. Ist so weit unter mir, okay. Nee, ist nicht sie. Wo? Gib mir den Ping. Könnte halt sein. Nein. Nein. Sie hat genau den Konter für mich gehabt. Sie hat genau den Konter für mich gehabt. Nein. Fuck nein. Och Mann, was? Sie hat wirklich genau den Konter. Das tut halt so weh. Ja, wir müssen mit Ace früh anfangen. Ace muss erster oder zweiter sein. Ace muss erster oder zweiter sein. War ein Riesenfehler. Wir gehen auf jeden Fall nächstes Mal wieder rein. Und hoffentlich bekommen wir schnell den Win wieder back rein. Also bis dann, Leute. Und tschau. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017